Oh, 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 nein, das war einfach so ein fetter Soldat, alter, shit. Heyo Leute, herzlich willkommen zurück bei Minecraft Blightfall. Das letzte Mal ist leider ausgefallen, denn da war Halloween, da hatte ich ja den Halloween Livestream mit dem Bastille, da hatte ich leider keine Zeit aufzunehmen. Aber heute geht es weiter mit Blightfall und ich würde sagen, erst mal zwei Ansagen. Eine tolle Ansage, ich habe tolle Fanarts bekommen, die werde ich jetzt hier unten irgendwo im Bild einblenden, wenn ich es nicht vergesse. Hat mich echt gefreut, also wenn ihr in einem Video verewigt werden wollt, dann macht doch was Tolles, dann blende ich euch ein und sage was dazu, ob es mir gefällt oder nicht. Mir gefällt es immer, aber man kann ja was dazu sagen, ne. So, was ist denn da los? Okay. Wie ihr seht, Zuckerrohr, was geht hier ab? Ich habe eigentlich schon aufgenommen, aber mir ist was Blödes mit der Aufnahme passiert. Und ja, da habe ich nach Soft Metal und so weiter gesucht, also ich kann kein Eisen oder so abbauen. Was ich auch gemacht habe, ist ziemlich viel erforscht und da will ich auch in dieser Folge weitermachen. Ich will mit euch mal ein bisschen hier wieder erforschen, damit ihr das auch seht. Ich habe nichts gemacht, außer ein bisschen erforscht und alles weitere jetzt. Ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt zuerst mal Redwood City Travel. Oh, 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 geh weg. Geh weg, du Scheiß. Oh, nice. Die Tentakel brauchen wir. Ich werde jetzt mal hier in diese Stadt reingehen. White Tulp. Ist die Botania? Nein. Ist nicht Botania. Ja, okay, scheiß drauf. Wow. Wow, 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 wow. Die sind auch infected. Die greifen jetzt auch an, oder? Verpiss dich. Oh Gott. Die sind ja alle infected. Ich muss hier weg. Ich gehe mal kurz hier rein. Nice. Nice, Iron. Nehme ich alles mit. Nice, 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 nice. Iron Boots. Sofort dran. Let wet noodle. It can only be used for crafting. Ich muss hier weg. Das kann man eigentlich alles mitnehmen. Okay, verpisst euch, ihr blöden Villager. Fuck, 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 ich muss hier weg. Die sind alle extrem aggressiv. Da kann man rein. Da kann man rein. Lol, nice. Boah, shit. Shit. Aber ich habe Taumium ingots. Nice. Damit kann ich was anfangen. Hä? Mist, 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 Mist. Äh. Muss ich jetzt mal kurz was nachschauen. Boah, Alter. Das ist echt heftig. Was ist der? Aha. Da kann ich was. Ja, Villager habe ich gekillt. Äh. Was ist denn? Bronze Coin. Okay. Ich muss mal irgendwie gucken, dass ich in die Häuser... Wow. Verpisst dich. Äh. Xeno, Xeno. Da wollte ich. So. Manual Submit. Perfekt. Dann ist die weg. Ich muss irgendwie gucken, dass ich in die Häuser reinkomme. Unbemerkt. Boah. Okay, da ist nichts. Oh. Wow. 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 Nein. Das war einfach so ein fetter Soldat, Alter. Shit. Der ist jetzt weg. Tainted Guard. Fuck. Ey. Da muss ich nochmal hin. Das ist zwar saugefährlich, aber wir gehen jetzt trotzdem nochmal hin. Wir verlieren ja nichts. Alter. Heftig. Was ist das denn? Fuck. Ich verreck gleich. Oh mein Gott. Fuck. Ich sterb. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Weg hier. Alter. Ich muss recken. Was habe ich jetzt bekommen? Sunflower. Brauche ich alles nicht. Scheiße. Boah, Alter. Wie heftig ist das denn? Aber die Guard ist einfach despawned. Wie dumm. Aber die hat uns echt weggefetzt. Das ist einfach wirklich alles verseucht, selbst in den Villager Dörfern. Fuck. Die sind echt heftig. Aber. Ich muss da rein. Da gibt es guten Stuff. Und ich will auch rein. Wir werden das jetzt einfach ausprobieren. Wir werden einfach rein, raus und weg. Äh, rein, raus und fertig. Okay, da ist nix. Boah, da ist ne Guard. Weg hier. Oh fuck. Okay, wo können wir hin? Ey, what the fuck? Da ist einfach... Wollen die mich komplett verarschen? Egal, okay, Leute. Das ist noch zu hart für mich. Aber wir haben jetzt schon mal Boots. Das ist gut. Ich werde jetzt gucken... Wir werden jetzt irgendwo anders mal hingehen. Wir werden jetzt mal Forest Hill gehen. Und da mal gucken, was es gibt. Okay, das war jetzt nicht viel. Gibt es da irgendwas auf der Map? Nee. Was ist denn da hinten? Ist da was tolles? Nee. Hier ist eigentlich... Nix. Was wirklich krass ist, oder? Oh, doch da! Äh... 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 Das sind... Bären, die nehme ich mit. Richtig gut fürs Essen. Ansonsten... Wo war jetzt der... Hä? Ah, da unten. So. Okay, Jungle... Marble Shrine waren wir. Jungle Hill? Nee, Jungle Hill gehen wir mal. Travel. Ups. Wer ist denn? Was ist das denn? Bleh. Okay, gibt es hier irgendwas tolles? Vines. Mal auf der Ding gucken. Da ist wieder ein Dorf. Sollen wir da mal zum Dorf gehen? Merke ich mir. Am Redwood City waren wir Swamp Delta. Swamp Delta? Ah ja, da waren wir ja. Und jetzt Waterfall Lake noch. Oh, da ist ein Wasserfall. So. Da unten ist eine Botania Blume, wenn ich mich nicht täusche. Aber ansonsten ist ja eigentlich... Oh, nichts. Mal auf M. Hm. Ah, Hilfe. Gucken wir mal. Ah, komm jetzt. So. Gibt's da... Alter, das ist schon eine krasse Landschaft hier. Heftig. Da ist ein Totem. Oh, oh, oh. Oh, ja, nice. Ender Lil. Taumium Pick X, nice. Äh, X meine ich. Standard Binding Agent. Kall... Oh, geil. Oh, geil. Weg, 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 weg. Weg hier. Kann ich die irgendwie töten? Ah, shit. Das ist leer. Aber wir haben jetzt einen richtig guten Helm bekommen. Oh, da sind zwei weg hier. Wir haben aber einen richtig guten Helm da drin bekommen. Und ansonsten auch ziemlich gutes. Was ist da? Dann müssen wir hier jetzt hin. Oh, Hilfe. Einen richtig guten Ring mit Runic Shield. Ja gut, Runic Shield bringt mir jetzt nicht viel. Terra Discount. Das bringt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts. Aber ich leg's trotzdem mal an. Weil ich hab ja keinen Wiss oder so, um meinen Runic Shield aufzuladen. Ah, so ist's. Wir gehen jetzt nochmal hier Alpha. Das, was wir gefunden haben jetzt. Erstmal... Ja gut, erstmal ins Bett, dass wieder Tag ist. Erstmal das. Hm. Boah, das Erforschen macht gerade richtig Spaß. Ich werd jetzt... Alles, was ich nicht brauche... Erstmal hier rein. Taumium X. Ich weiß nicht, ob die mir was bringt, wenn ich was... Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Oder ist die sofort kaputt? Nee, die ist nicht sofort kaputt. Das ist perfekt. Sauber. Okay. Seeds. Das kann ich anpflanzen. Das kommt mal alles weg. Music Disc. Also Recipe. Mondane Power Catalyst. Okay. Language. Oh ja, das ist gut. Das kann ich auch anpflanzen. Das kann ich mal weg. 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 Äpfel und so kommt alles mal weg. Das brauch ich nicht. Das kann ich alles mal anpflanzen. Alles mal hier so anpflanzen. Zack, 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 zack. Hier auch direkt. Ah, jetzt ist die kaputt. Mist. Jetzt, jetzt darf ich sie wieder aufwerten. Äh, aufwerten. Moment. So. Zack. Das ist gut. Na, komm. Eins, zwei, drei. Dann machen wir hier noch zwei. Zack, zack. Und die machen wir jetzt irgendwo an die Seite. Wie auch immer. Das packen wir jetzt mal da hin. Ich hoffe, das wächst. Ja, wir kommen ganz gut weiter. Das kann ich mal aufessen. Ja, bringt jetzt nicht so viel. Aber wir können mal schauen, was wir hier so haben. Da. Das können wir auch. Manus mit 26% schon. 150 Seiten brauchen wir. Krass. Okay. Ansonsten. Gehen wir mal wieder jetzt, wo es Tag ist, in die Stadt. Vielleicht gibt es da noch irgendwas Tolles. Redwood City. Ja. Das, was wir finden, ist natürlich ein blödes Schwein. Aua. Okay. Das haben wir. Nichts. Jo. Und jetzt aufgepasst. Aua. Komm weg. Sche... Äh... Lauf, bitch. Hier waren wir schon drin. Wieder der Guard, man! Und jetzt ist er wieder weg. Ich will jetzt wissen, was das für ein Bastard ist. Will ich jetzt echt? Ich gehe jetzt so lang drauf. Redwood City. Mann. Dumme Fotze. Entschuldigung. Oh Gott, es sind zu viele. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Verpisst euch. Zu viele. Zu viele. Da ist wieder ein Guard. Verpisst euch. Weg, 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 weg. Ich brauche was zum... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Direkt hier alles looten. Bevor jemand reinkommt. Wow. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich kriege die... Oh, den einen habe ich noch gelegt. Oh, der hat was gedroppt. Sofort wieder hin. Das ist jetzt einfach mal ein bisschen YOLO-Action. Redwood City Travel. Da habe ich was Gutes rausbekommen. Das ist jetzt mal ein bisschen YOLO-Action, aber trotzdem. Aber... Wo war ich denn da? Wo war ich denn da? Wo war ich denn da? Ist hier was drin? Nein. Ich glaube, ich war da hinten, oder? Nee. Ich war irgendwo... Das Rennen. Ah. Ich war irgendwo da hinten. Oh, shit. Da ist sogar eine Smeltery. Ah, das bringt nichts. Okay, hier war ich drin. Komm, verreck, 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 verreck. Ja. Nein, da kam der nächste. Aber ich habe gelootet. Super. Ein paar richtig gute Sachen bekommen. Oh mein Gott. Okay, alles klar. Das mal weg. Okay, perfekt. Sauber. Paper. Nice. Da können wir uns ein gutes Ding machen. Ein gutes Knife. Und eine Bronze Pfanne. Okay, Moment. Ich will da jetzt nochmal hin. Redwood City. Travel. Da war nämlich ne... Wenn ich außen rumgehe... Das sind Schweine. Nein, die kann ich jetzt einfach killen. So. Okay. Wenn ich außen rumgehe... Und dann zur Smeltery... Dann müsste ich doch... Oh, da sind alles voller Guards. Weg da, da ist ne... Da sind überall Guards. Okay. Oh, das wird heftig. Die dürfen mich nicht sehen. Alter, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Nice. Die will ich. Mann, diese scheiß Schwärme rotzen mich an. Aber tierisch. Da habe ich was Tolles. Die haben was getroppt. Aha. 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 So sieht es nämlich aus. Hm. Ich muss kurz was essen. So. Erstmal reggen kurz. Ja. Wenn man irgendwie reggen könnte. Da ist ein Guard drin. Oh, fuck. Diese Guards überall, Alter. Ja. Gegen die habe ich keine Chance. Aber wir haben... Oh, fuck. So. Erstmal Scout. Ne, ne, ne. Xenobiologist wollte ich hier. Okay, da brauchen wir auch noch ein paar. Was habe ich alles bekommen? Stone Arrowhead. Ja. Wow. Krass. Super. Ähm. Ja, gut. Das machen wir dann einfach das nächste Mal das Zeug hier zusammenhauen. Ja. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, diese kleine YOLO Action, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Puh. Das war gerade lustig. Ciao.